Ja, hallo und herzlich willkommen, Freunde des Imperiums. Mein Name ist Christon und dies ist ein neuer Vlog-Eintrag für meinen Vlog über das Thema Forge of Empire bzw. alle möglichen Themen rund um das Thema. Und ihr seht, hier blinkt schon der Fußball und will gespielt werden. Das werde ich jetzt nicht machen. Schade, schade, schade. Aber das werde ich gleich im Anschluss machen. Diesmal eine kleine Besonderheit. Ich hatte mir das eigentlich zeitlich anders gedacht, aber meinen persönlichen Umständen haben es die Woche jetzt nicht erlaubt, dieses Video hier aufnehmen zu können. Sprich, ich hatte einfach keine Zeit. Schlichtweg, ich bin noch im Stress der Abiturienten und ja, das ist also noch ein wenig gerade zu tun. Aber heute habe ich mir gesagt, okay, jetzt nimmst du dir einfach ein bisschen Zeit und nimmst mal ein, zwei Videos auf. Auch wenn man immer denkt, ach naja, dann labert ihr doch nur ein bisschen. Es ist ja immer auch ein bisschen mehr als labern. Aber gut. Ja, das Thema heute ist Vlog Nummer 20, der Rückblick und Ausblick. Also was ist in den letzten elf Malen passiert und was wird dann demnächst passieren? Also da ein bisschen drüber zu schauen. Und das heißt, diesen werde ich jetzt aufnehmen und dann im Anschluss werde ich den Nummer 21 gleich aufnehmen. Das ist dann die Nummer mit dem Fußball-Event. Ich hoffe, dass der jetzt hier nicht deshalb untergeht, weil jetzt alle sagen, oh geil, Fußball-Event ist auch raus. Also es wäre schön, wenn auch die Nummer 20 vielleicht ihre Zuschauer findet. Aber gut, wenn ihr das jetzt hört, dann gehört ihr ja zu den Zuschauern. Also jetzt darum bitten, ist vielleicht ein bisschen komisch. Weißt du, würde ich das lieber bei dem anderen machen? Na gut. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Okay. Also dieses ist eine Rückschau auf die letzten neun Beiträge. Die haben ja doch ein wenig länger gebraucht. Und ihr seht auch darüber, wenn ich nochmal so zurückschaue, Nummer 10, als es damals darum ging. Ich habe ja auch gesagt, mir geht es auch erst einmal darum, Kontinuität zu liefern und so etwas. Also ja, da habe ich gesagt, jetzt muss ich mal eine Notiz machen noch. Da habe ich mir gesagt, okay, also ich werde jetzt sozusagen, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, jede Woche mindestens ein Video veröffentlichen. Manchmal, also mit zwei, weiß ich nicht, ob ich das hinkriege. Naja, es gibt zumindest noch ganz viele Projekte und ich werde auch hin und wieder mal gefragt, mach doch mal dazu und dazu ein Video. Das kommt auch alles noch. Also ich habe eine kleine Liste von Videos, die ich schon habe und eine kleine Liste von, oder eine lange Liste von Videos, die ich noch nicht habe. Und so wird das im Laufe der Zeit immer mehr und mehr. Also seid gespannt schon mal darauf. Okay, schauen wir zurück auf die letzten Videos. Wir haben uns, ich hatte mich mit Medaillen, also ich mache das jetzt nicht chronologisch, sondern ich sage einfach zu ein paar Sachen was dazu. Ich hatte mich mit Medaillen bestätigt, mit der Stadtverteidigung und der Interverne. Ich denke, die Videos erstmal, da lässt sich nichts dazu sagen. Habe ich auch kein großes Feedback dazu erhalten. Und deshalb, ja, also ich wurde halt angenommen, wurde auch ganz gut gesehen, glaube ich. Also da habe ich jetzt keine großen Feedbacks zu erhalten. Solltet ihr noch Feedbacks irgendwie dazu haben wollen oder sagen, okay, das sehe ich aber anders, dann sagt da auch gern Bescheid. Das Frühlingsevent lief ein bisschen mau. Also jetzt das Event selbst nicht. Das Event war für mich okay. Ich habe auch im Frühlingsevent meine Pagode ausbauen können und noch eine zweite Pagode bekommen. So halbwegs, die ist noch nicht ganz fertig gebaut. Ich hoffe, dass nächstes Jahr nochmal ein Upgrade für die zweite Pagode kommt. Das Video war ein bisschen unmotiviert. Und ihr seht ja auch, das ist schon eine ganze Weile her, das Frühlingsevent. Da ist ja schon das Archäologie-Event danach gekommen. Da kommen wir dann auch gleich noch dazu zum Archäologie-Event. Das Video zu den Wikingern kann man halt so sagen, das lief ganz gut. Da gab es nochmal eine Nachfrage. Dazu scrolle ich mal hoch. Ich bin bei den Wikingern vor dem letzten Start. Ich hoffe, das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Wir hoffen ja natürlich noch, dass nach dem Archäologie-Event. Wenn man dachte, dass das alte Ägypten käme, kam aber nicht. Feudal Japan soll demnächst dann halt kommen. Es läuft, glaube ich, schon auf den Testservern. Und die Wikinger ist sozusagen bei mir. Ich bin jetzt mit dem 14. durch. Und werde jetzt hier nicht anfangen. Es war so ein bisschen die Frage, also eine Frage wurde ich gefragt. Und dann habe ich jetzt noch eine zweite Sache für den Anfang festgestellt. Weil ich muss dazu sagen, die 13 habe ich nicht regulär in der Goldzeit geschafft. Das lag auch daran, ich meine, wenn man da einen Tag fehlt, das tut dann halt schon mal richtig wehen. Also ich bin halt mal so ungefähr, kann man einrechnen. Also ich bin nicht immer ganz dazu gekommen, jetzt durch den Stress der letzten Zeit. Dadurch konnte ich das halt auch nicht gut bewältigen mit den Wikingern. Ja, also habe das nicht so ganz hingekriegt. Für den Anfang ist es vielleicht günstig. Das habe ich jetzt so ausgerechnet. Wenn man jetzt am Anfang anfängt, die Stadt aufzubauen, man baut so seine paar Hütchen und dann die erste Axtschmiede. Und dann baut man sozusagen, wenn die das erste Mal fertig produziert hat, also nach, sagen wir mal, hunden fünf Stunden. Also eine Stunde Bauzeit plus vier Stunden Produktion. Nach hunden fünf Stunden hat man sozusagen seine ersten fünf Äxte. Ich gehe mir jetzt nicht davon aus, dass da gleich die Vervierfachung zuschlägt. Wäre natürlich super, aber gehen wir jetzt erstmal nicht davon aus. Dann kommen wir mit diesen Äxten, können wir eine zweite Freischaltung machen. Mit dieser zweiten Freischaltung können wir eine zweite Achsschmiede bauen und die dann auch produzieren lassen. Zumindest eine Runde lang. Das heißt, man kann jetzt hier rechnen, also mit dieser zweiten Achsschmiede, beziehungsweise wenn die dann fertig ist, man kann im Grunde genommen beide Achsschmieden zweimal laufen lassen. Das heißt, nach sechs Stunden hat man noch vier Durchläufe, die man ungefähr aus den Münzen, aus den Krupferlingen bekommt. Und ich habe das jetzt so gemacht, deshalb fange ich hier noch nicht an. Ich warte nämlich hier noch auf den Abend. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, sechs Stunden, bevor ich das erste Mal schlafen gehe, fange ich halt an zu bauen. Weil ich da gemerkt habe, dass ich da am Anfang manchmal ein bisschen, naja, schief komme sozusagen. Also bevor ich schlafen gehe, sechs Stunden vorher, das heißt so, wenn man jetzt um 22 Uhr schlafen geht, 22 Uhr mit 6, 16 Uhr etwa, kann man ungefähr rechnen. Und dann fängt man um 16 Uhr an zu bauen und sozusagen, und es um 22 Uhr kann man dann halt beide Produktionen jeweils auf acht Stunden anstellen und kann am nächsten Tag dann eine von beiden abreißen, beziehungsweise dann umbauen und dann hat man vielleicht dann noch 20. Also, na, dann könnt ihr die nächste Erweiterung kaufen, könnt eine Achsschmiede abreißen, können vier Stunden noch produzieren oder so. Der Punkt ist einfach, man muss da, glaube ich, am Anfang, da muss ich, bin ich noch nicht so ganz sicher, wie man das Ganze eben am Anfang gut koordiniert, aber macht euch für den Anfang halt einen Schlachtplan, wie das Ganze losgeht bei den Wikingern. Und da muss ich auch gleich noch eins dazu sagen, da wurde ich auch gefragt, wie viele Erweiterungen ich denn kaufe. Ich bin da sehr sparsam, also ich kaufe zwei Erweiterungen mit den Äxten. Anfangs hatte ich drei gekauft, aber zwei reichen im Grunde aus. Dann zwei Erweiterungen mit der Med-Brauerei, also für dieses Med, und drei Erweiterungen, ne, vier Erweiterungen mit den Hörnern. Das heißt, ich kaufe insgesamt acht Erweiterungen. Und man kann natürlich am Anfang, ich will auch nochmal gucken, ob man vielleicht drei, 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 zwei macht. Das macht die ganze Sache natürlich ein bisschen teurer, ja, muss man dazu sagen. Also, man muss sich halt durchrechnen, lohnt sich das, denn mit jeder Erweiterung, die man kauft, wird das Ganze ja hier auch ein bisschen teurer. Ja, deswegen, ja, müsst ihr da ein bisschen schauen. Da ist es einfach mal ein bisschen austarieren. Aber mehr als acht braucht ihr nicht. Da bekommt ihr nämlich vier Produktionsstätten zu laufen, und die könnt ihr auch aktiv mit, also, und produziert das nötige Kupfer dafür. Also, das sollte im Grunde genommen machbar sein, ja. Also, das sollte jetzt eigentlich keine Schwierigkeit bilden. Genau, also, das vielleicht nochmal dazu gesagt. Ansonsten war der Haupttenor des Videos ja eigentlich, wie die Schlusssache funktioniert, und die funktioniert bei mir jetzt eigentlich auch immer reibungslos. Die hatte ich ja vorgeführt. Mal ein kleines Ergänzungsvideo. Das zentrale Video in meiner, ja, in der Staffel vielleicht, und damit auch, naja, ich will jetzt nicht sagen, ja, das wirklich zentralste Video war das Archäologie-Event-Video. Und da haben wir Kratz, Kratz ist das Video echt knapp an den 5000 Aufrufen, was für mich so ein Wow ist. Das Feedback hielt sich in Grenzen, natürlich, je mehr Leute schauen, desto mehr Leute mögen das vielleicht auch nicht, aber ich denke, es hat sich bestätigt. Also, für mich war das Archäologie-Event ein sehr erfolgreiches. Ihr seht, hier habe ich die fünf, ähm, fünfmal das Karussell, denn das Karussell bringt Zufriedenheit, äh, Angriff und Verteidigung bei mir jeweils um sechs Prozent. Und auch die Weltausstellung habe ich ganz bequem ausbauen können auf Stufe 10. Auch die, äh, freut sich ihres Daseins. Also, beides habe ich mit der Strategie gut hinbekommen. Und ich muss auch dazu sagen, ich hatte sogar, sage ich mal, am Ende noch, äh, ich glaube, ich habe da noch 40 Relikte, also zwei Durchläufe mehr. Da gab es, glaube ich, einmal Forge-Punkte oder so, oder einmal ein Schrumpf-Kit oder sowas. Also, ich weiß es jetzt nicht, ähm, also es gab zumindest ein paar Sachen, wo man einfach sagen muss, das lief, also bei mir lief das ganze Event dahingehend sehr bequem. Wenn man Nachbarstädte hat, also Zweitstädte hat, war das Event ein bisschen unbequem. Also, es hat, der Tag, an dem ich in meinen Zweitstädten auf Wunschbrunniagd gegangen bin, der war bisher sehr, sehr anstrengend. Ich muss sagen, das ist mein härtester FOE-Tag gewesen, den ich bisher hatte. Danach brauchte ich, glaube ich, auch erstmal ein bisschen Pause vom Spiel. Ja, also wir sind ja nicht, äh, dieses Durchklickern durch diese Bahnen da und, also es hat ganz gut funktioniert. Also, ich meine, war dadurch auch sehr erfolgreich, aber es war extrem anstrengend, sag ich mal so. Da hoffe ich jetzt, dass das Soccer-Wendt ein bisschen entspannter läuft, wenn man da ja sich nur durch die kleinen Fußballerchen da klickt. Und, oder Fußballerinnen, muss man ja sagen, ähm, oder muss man das sagen? Naja, ihr wisst, was ich meine, durch die Knöpfe, da nennen wir es einfach elektronische Knöpfe, das klappt dann schon. Ja, ähm, ich denke, naja, wie dem auch sei, zum Soccer-Event kommen wir, aber das Archäologie-Event hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Ja, darüber hinaus, äh, habe ich ja die Bronzezeit und die Eisenzeit vorgestellt und dann kam gleich, äh, die Frage auf, gehe ich das jetzt so weiter mit den einzelnen Zeitaltern? Natürlich, ähm, habe ich mir dahingehend überlegt, also zu den Zeitaltern, bei denen ich dann angefangen habe aufzunehmen, das ist, glaube ich, die Postmoderne, habe ich ein Video, das wird noch kommen, die Gegenwart kommt ein Video. Also zu diesen Videos, äh, zu diesen kommt definitiv ein Video, äh, also zu all denen, bei denen ich dann seit ich aufnehme, halt ein Video auch zu machen konnte. Bei den anderen wird das ein bisschen zeitverzögert sein, immer, die werden, äh, beziehungsweise detaillierte Videos werden da erst kommen, wenn ich dann mit meinen Zweitstädten in der Zeit bin und dann ein bisschen auch darüber reden kann. Das wird aber demnächst dann schon losgehen mit der, dem frühen Mittelalter, in so einer einen Stadt habe ich nach dem Soccer-Event vor aufzusteigen. Also das sollte dann kein Problem sein. Und das zweite Event, äh, und ansonsten habe ich mir überlegt, mal so eine kurze Review zu machen, also so in mehreren Teilen, in denen ich dann einfach, auch wenn man jetzt hier kein Bildmaterial hat, zumindest mal den Forschungsbaum durchgehe und so ein bisschen meine Erfahrungen mit den ganzen Sachen bringe. Ja, also auch das ist noch eine Idee, äh, damit ihr erstmal, was das angeht, da auch, äh, Bescheid wüsst. Ja, das soll noch kommen, ich denke, das ist, glaube ich, ganz gut. Ja, ansonsten gab es noch das Video mit den anderen Städten, da war ich ja doch ein wenig aufgeregt, wie das angenommen wird. Äh, ist okay, also ist sogar sehr beliebt, äh, sag ich mal, wenn ich jetzt die Views angucke. Uh, das klingt schon so voll Profi-mäßig, die Views. Naja. Ne, ich habe aber auch schon schönes Feedback dazu erhalten. Die Spieler selbst haben auch nochmal mir, äh, also sich bei mir gemeldet und gesagt, naja, das und das. Äh, zum Beispiel ist der eine Spieler, der in die Zukunft aus, in der Zukunft war, also der letzte, also ich hoffe, ich verrate es jetzt nicht, aber ist ja kein, kein Geheimnis. Der ist halt erst drei Tage vorher in die Zukunft aufgestiegen und da fiel mir dann eben auf, für die nächsten Städte, die ich auch schon habe, also da habe ich auch schon Anfragen, was kannst du meine Stadt machen? Also da bin ich jetzt für das nächste Video, das dann auch definitiv kommen wird, voll und da will ich dann, ähm, da werde ich denjenigen dann so einen Fragebogen schicken, wo ich dann halt nochmal ein paar detailliertere Informationen zu den Städten habe und dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr dazu erzählen kann, wie diejenigen das sehen, also wie sie das finden. Aber ich fand auch für mich, fand ich das Video trotzdem auch interessant, also nicht nur einfach das Blablas wegen, sondern auch da nochmal sich wirklich mit anderen Städten so auseinanderzusetzen, ähm, also für mich ist das Experiment durchaus geglückt und, äh, für diejenigen vielleicht auch, denen die Städte gehören, aber auch für euch vielleicht ist es interessant, also denen, die nicht gehören, ist es vielleicht auch nochmal interessant, einfach mal so ein paar Gedanken über so ein paar Städte, vor allem ist es so, da hat man ja manchmal Gedanken, die man auch so während des Spiels hat, aber die jetzt kein eigenes Video finden irgendwie, ne, also zum Beispiel, wofür, wenn man jetzt Diaspieler ist, wofür sollte man dann seine Diamanten ausgeben, ne, also solche Fragen stellen sich ja dann auch, ähm, und das ist sozusagen, also, ne, das kann man dann halt da auch immer schön ein bisschen kommentieren, ja, das waren eigentlich die Videos, äh, also mein Kanal wächst zwar langsam, gerade wieder etwas langsamer, aber, äh, trotzdem denke ich, äh, läuft er ganz gut und, ähm, ist auch schön und, ähm, wie gesagt, heute kommt, werde ich dann noch das Fußball-Event aufnehmen, ob ich es heute noch schaffe hochzuladen, weiß ich nicht, aber das Video werde ich definitiv aufnehmen, ich werde mich jetzt hier noch ein bisschen durch das Event durchklicken, äh, selbst und das wird dann eben auch schon das erste Video, das dann entweder heute oder morgen, wobei wir mit solchen Versprechungen, sollte ich, glaube ich, jetzt immer vorsichtig sein, weil das Video hier sollte am Montag kommen, äh, ähm, ja, zumindest wird dann, werde ich jetzt auch das Fußball-Event machen und danach freue ich mich schon auf die nächsten, ähm, auf die nächsten, äh, Beiträge, denn die habe ich auch schon aufgenommen, das ist, äh, einmal soll es da um die Arche gehen, dann möchte ich mir die Zweitstätte vornehmen und den Umbaumodus, die zwei Spurgenstraßen sollen vorkommen, also, eigentlich habe ich die nächste Staffel jetzt schon wieder vollendst, äh, äh, vorproduziert fast, kann man so sagen, aber, wie gesagt, wenn ich zwei Videos pro Woche raushol, dann, also ich merke das halt, ne, mein Alltag hängt da halt auch ein bisschen dran, okay, ja, ähm, also, ich bin gespannt, was sich in Zukunft ergibt, ich denke, das Format mit den anderen Städten zu kommentieren, das werde ich auch beibehalten, mir macht das Spaß und ich, vielleicht macht euch das auch Spaß, die Karte der Kontinente, auch wenn die jetzt nicht so populär ist, werde ich auch beibehalten, da werden auch Beiträge noch zu anderen, ja, äh, äh, zu anderen Sachen kommen, dann halt immer vorangeschritten, ne, also, das ist natürlich auch klar, und ansonsten, ähm, ja, freue ich mich, ähm, dass auch ich jetzt innerhalb des Spiels einiges an Feedback bekomme, also, Christon05, ne, äh, ist da ja mein Name so geschrieben, ich bin in jeder Welt vertreten, wobei meine Hauptwelt ja eben, äh, Feldrangier ist, und, ähm, ja, das, äh, das vielleicht ein wenig dazu, ein Hinweis hat mich auch noch erreicht, wenn ihr solche Hinweise habt, auch zu früheren Videos, also, da hat jemand dann sich ein früheres Video angesehen, da ging es zum, äh, den möchte ich natürlich auch euch nicht vorenthalten, den fand ich mich ganz interessant, den würde ich hier auch mal zeigen, an einer Stelle, ich nehme mal, ich glaube, die Basilius-Kathedral, die werde ich sowieso nie bauen, ähm, was bringen die eigentlich, achso, erbitterter Widerstand, ähm, ähm, obwohl die Basilius-Kathedral werde ich wahrscheinlich eher bauen, als das Dealcastle, nehmen wir mal das, okay, ja, das werde ich definitiv nicht bauen, oder, ach, keine Ahnung, ist auch egal, daran, darum, daran soll es jetzt nicht scheitern, ähm, er hatte mir, ähm, er hatte mir zumindest einen Tipp gegeben, wenn es jetzt den 2 zu 1 tauscht, wenn ihr den macht, ähm, ja, und ich hab dann hier, mach 2 zu 1 Tausch und tausche dann, ihr könnt aber auch 2 andere, also, die beiden tauschen, und dann habt ihr den Vorteil, dass dann für das, was rauskommt, nämlich nur noch 7 andere zur Verfügung stehen, ne, weil ihr werdet selten, ihr werdet ja nicht diejenige zurückbekommen, die ihr gerade weggetauscht habt, wer ja dann kein Tausch, wer ja dann mal wegwerfen, ähm, und so habt ihr dann, äh, steht die Chance 1 zu 7 und eben nicht 1 zu 8, das ist also wahrscheinlicher, wenn euch noch eine Sache fehlt, dass ihr das lieber so tauschen könnt, ja, also, ne, und das ist eigentlich das Schöne dran, ähm, also das hatte er mir gesagt, ist mir gar nicht so bewusst gewesen, ich dachte immer, man braucht zweimal die gleiche und muss die dann, also ich hatte da voll den Denkfehler, äh, man braucht zweimal die gleiche und muss die dann wegtauschen, ja, da hab ich dann gedacht, so, okay, naja, okay, als jemand das sagte, dachte ich so, wow, gute Information, danke dafür, okay, also, habt ihr das auch nochmal mitgenommen, ähm, jetzt weiß ich leider nicht, wer mir das genau gesagt hat, äh, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, bevor ich jetzt jemand Falsches mich bedanke, äh, dann, ja, fühl dich bedankt, so ungefähr, ähm, für diesen Hinweis, wir jetzt ja auch noch irgendwelche so einen Hinweis, so einen Lifehacks habt, äh, einzelne Sachen, von denen ihr sagt, hey, das könntest du mal erwähnen, mach das gern, ich hatte auch schon mal überlegt, nochmal ein Video dazu zu machen, ähm, zu solchen Lifehacks, also so einzelnen Kleinigkeiten, die man vielleicht, die die Spiel, das eigene Spiel irgendwie ein bisschen verbessert, hm, muss ich mal was trinken, ähm, ja, das ist so die Idee dahinter, genau, und dann gibt's auch manchmal hin und wieder so Fragen, auch aus dem privaten Bereich, so, naja, das Spiel spiel ich nicht, äh, ich mag die Stimme, danke, und, ähm, oder so, oder beziehungsweise manche spielen das Spiel und die sagen halt so, ist ja auch ein bisschen langsam erzählt und so, na, so, hier passiert nicht viel, ich hab hier keinen Action, fünf Minuten Zusammenschnitt und so, ich denke, damit werde ich leben müssen, dass das immer wieder diese Frage kommt, warum ich das mache, aber diejenigen, die, also ihr, die ja jetzt das Video hier nochmal schaut, ich dachte, ich erzähl euch einfach mal, also, ähm, natürlich, ich selbst schau YouTube eher so nebenbei, also wenn ich irgendwie esse, wenn ich, hm, wenn ich, äh, ja, was weiß ich, Sachen sortiere oder so, bei mir läuft YouTube halt echt eigentlich eher so, wie früher das Fernsehen einfach, so ein paar nebenbei, damit irgendwas dudelt und so, äh, ist dann auch meine Videos hier gedacht, beziehungsweise, ähm, das YouTube, das ich schaue, da werde ich euch auch mal einen Link geben, sind nämlich einmal Schachvideos und, äh, dann gibt es noch zwei, äh, Let's Player, der eine heißt Dr. Proof, das ist jetzt keine Fremdwerbung für die, äh, aber dass ihr einfach mal wisst, okay, und der andere heißt Steinwein und die spielen halt auch beide Computerspiele und, ähm, ich hab auch mal, ähm, ähm, andere Spiele, hier, wie heißt das, ähm, mal eine Streamer zugesehen, die haben dann gespielt, ähm, Player Unknown Battleground und auch wunderschön zum Einschlafen ist DayZ, äh, denn da passiert irgendwie die ganze Zeit gar nichts, äh, also schöne, da, da ist natürlich das Bild schöner, ne, also bei DayZ, das ist halt dann nicht so aufregend, hier ist halt das Bild vielleicht langweiliger, weil statischer, ähm, also da kann man da, zumindest bewegt sich da das Bild hin und wieder mal, hier bewegt sich grad nur der, Fußball und hin und wieder kloppen, mal ein paar Nachrichten hoch, naja, aber zumindest das sind so Sachen, also die guck ich halt gern und ich mag das halt, also ich werd euch mal, äh, zwei Sachen, drei verlinken, also Chester und die Vor-Doctor-Proof und, äh, Steinwein und so in dem Stil, wie die das machen, natürlich wesentlich professioneller als ich, aber, ähm, an denen hab ich mich halt orientiert und gesagt, okay, so möchte ich das eigentlich auch. Ich möchte ein ruhiges Video, ein entschleunigendes Video, eins, das halt ein bisschen nebenher läuft. Und ich rede natürlich gern. Das ist so ein bisschen das. Okay. Das vielleicht nochmal dazu. Ähm, und eine Sache, die mich auch schon eine Weile beschäftigt, ist natürlich, ähm, muss ich dazu sagen, ähm, hab ich mir so überlegt, also beziehungsweise ich hab's mir jetzt nicht überlegt. Ich hab mich dann ein bisschen auch bei YouTube so rumgeklickert, noch nicht großartig intensiv, weil das noch keine Rolle spielt, aber ab wann man bei YouTube sozusagen Affiliate wird, also, ne, also ab wann man mit YouTube Geld verdienen kann. Momentan sind, äh, verdiene ich ja mit YouTube kein Geld. Äh, das ist okay. Also ich will damit auch kein Geld verdienen, sag ich mal so. War auch nie mein Ziel. Und ich hab mir das trotzdem mal angeguckt, wie so die Kriterien sind. Und die Kriterien sind im Grunde und Ganzen, ich glaub im Jahr, 60.000 View-Minuten, also 60.000 Minuten, die die Leute, äh, oder pro Monat das Ganze gesehen haben, die Videos, und mindestens 1.000 Follower. Also, ne, und, ähm, deshalb, meine ich, äh, möchte ich euch hier immer ermuntern, folgt meinem Kanal am Ende, ne, ähm, und das möchte ich natürlich auch erreichen, natürlich würde es auch bedeuten für euch, dass hier Werbung läuft, aber, ähm, eventuell, vorher oder hinterher, oder wie auch immer, ich werde mal schauen, dass die Werbung euch jetzt nicht so sehr nervt, beziehungsweise, ähm, ähm, werde die Werbung, äh, wahrscheinlich ans Ende des Videos einfach setzen, gar nicht mal an den Anfang, so dass ihr, äh, erst das Video gucken könnt und dann sagt, okay, wenn ihr jetzt, äh, den Kanal unterstützen wollt, dann lasst ihr eben auch noch die Werbung dudeln, weil, ähm, also das ist so das eine und das andere ist, ähm, ich möchte ja damit, wie gesagt, ich möchte damit kein Geld verdienen, ich möchte aber jetzt schon eigentlich damit anfangen, ich wurde zwar noch nicht gefragt, aber, ähm, ich sag mal so, wenn ihr jetzt sagt, okay, irgendwie finde ich das gut, was er macht und ich würde das gerne ein bisschen unterstützen, da habe ich so überlegt, ich will das eigentlich gar nicht, dass ihr mich unterstützt, also mein Job, ähm, ist, äh, das hier ist für mich ein Hobby und mein Geld verdiene ich mit meinem normalen Beruf und deshalb habe ich gesagt, okay, ähm, was mache ich hier mit, äh, solchen Sachen, die vielleicht sich von hier aus der Sache ergeben, also solange ich jetzt nicht Millionen damit verdiene, also solange das Potenzial sozusagen auch nicht mein Privatvergnügen übersteigt, wobei ich glaube, das wird es nie, weil dazu bin ich dann doch ein Spartenkanal, aber, ähm, nein, meine Idee ist einfach, ähm, ich würde gern das Geld, das dabei reinkommt, eben spenden an gemeinnützige Organisationen, das heißt jetzt nicht die Konrad-Adenauer-Stiftung, also finde ich wenig gemeinnützig, aber kleiner, kleiner Gruß an Wieso, ähm, 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 nein, aber so, äh, einfach Sozialprojekte, also Projekte, die irgendwie was auf der Welt, was Tolles machen und ich sag's so, also wenn sozusagen meine Videos hier noch dazu sorgen, dass die Leute nicht nur einfach mit dem Spiel besser klarkommen, sondern vielleicht auch noch, äh, soziales Engagement liefern, ähm, ähm, habe ich so überlegt, ähm, da wäre das halt ganz gut, ähm, ja, irgendwie Sozialprojekte zu unterstützen, mit da in einem gewissen Zeitraum und auch immer mal wieder ein paar vorzustellen und ich werde jetzt, bis es dahin, ähm, sag ich mal, bis das Ganze spruchreif ist, werde ich zumindest ein Sozialprojekt hier unten verlinken, ähm, in, also in der Beschreibung und wenn ihr sagt, okay, ich würde gerne deinen Kanal unterstützen, dann unterstützt nicht mich, sondern dann unterstützt die, überweist den wegen mir, via Paypal oder so, ein bisschen Kneter, also macht da eine kleine Donation und ihr könnt mir ja sagen, ey, hab ich gemacht und, also ihr könnt's auch, äh, ich bin jetzt mal so gutmütig und glaube euch das, äh, das könnt ihr ja auch in die Kommentare schreiben und sagen, hey, ihr Amnesty International, hab ich unterstützt mit dem und dem Betrag, dann würde ich sagen, vielen Dank, dann weiß ich, dann hab ich das Feedback, weil ich werde ja von Amnesty wahrscheinlich nie informiert, äh, darüber, dass die von euch Geld erhalten haben über meinen Kanal, aber ich hab's so überlegt, okay, ähm, es wär halt schön, wenn wir noch ein Sozialprojekt unterstützen können und das ist eben, mein, das Sozialprojekt, das ich jetzt erst mal eine Weile laufen lassen werde, ist halt Amnesty International, warum? Weil ich die eben sehr interessant finde, natürlich ist gerade durch die Fridays for Future und so sollte man sowas vielleicht wie Greenpeace oder so unterstützen, ist auch richtig, könnte natürlich auch, ja, aber ich finde Amnesty International gerade momentan besonders auch wieder interessant und spannend, denn es ist eine Menschenrechtsorganisation, eine, äh, also eine Non-Profit Organisation, also nicht staatlich, ähm, und Non-Profit, also die wollen sozusagen nichts verdienen, die wurden 1961 gegründet und setzen sich weltweit, äh, für die Einhaltung oder überhaupt Umsetzung von Menschenrechten ein, also die Grundlage der Arbeit ist die allgemeine Erklärung der Menschenrechte und alles, was dazu zusammenhängt und, äh, äh, sie machen häufig Unterschriftenaktionen und, ähm, jetzt sagen, naja, bringt das jetzt so viel, so viel hört man von denen nicht, doch, doch, also man hört schon sehr viel, also sie machen eben auch Menschenrechtsverletzungen überhaupt erst mal öffentlich, ja, die auf der Welt stattfinden und viele Informationen gerade zum Thema und, äh, um das Thema Menschenrechte, ähm, das, die bietet sozusagen diese Organisation und ich finde, ähm, das sollte man, also, ne, ähm, klar, Umwelt ist ultra wichtig, also sehe ich so und das ist jetzt kein politisches Statement in die eine oder andere Richtung, sondern, ähm, ähm, klar, allgemein ein wichtiges Thema, ein unterstützenswertes Thema, also Greenpeace, et cetera, ja, ähm, und, ähm, aber ich denke, man darf eben auch nicht, äh, also man darf eben auch nicht, äh, vergessen, dass die Grundlage unserer, ähm, unserer Freiheiten, die wir haben, eben auch, äh, oder die Grundlage der Freiheiten, die in anderen Ländern halt nicht ist, äh, überhaupt über Umwelt nachzudenken, tief, tief, äh, tief sitzen eben auch, äh, die Einhaltung der Menschenrechte und der Menschenwürde in der Menschen auf der ganzen Welt, äh, toleranterweise umfasst und deswegen, finde ich, kann man auf die ruhig mal aufmerksam machen, also wie gesagt, klickt euch, klickt die mal an, ähm, jetzt wisst ihr zumindest, dass es sie gibt, hat das auch noch einen kleinen Lerneffekt in der Richtung, also es soll nicht politisch hier werden, keine Angst, also, aber, ähm, wenn wir, ja, ich finde das irgendwie eigentlich ein gutes Statement, ne, also, gefällt mir ganz gut, weiß ja nicht, wie ihr das seht, wenn ihr sagt, ach, lass uns mit dem, bis jetzt war dein Kanal cool, jetzt lass uns damit zufrieden, ich werde auch nicht in jedem Video das Ganze wieder erwähnen, die 60.000 View-Minuten kriege ich übrigens zusammen, danke für all die fleißigen Zuschauer, ähm, das, ja, ne, also, ich werde das auch nicht in jedem Video wieder neu erwähnen, aber ich wollte es jetzt einfach mal erwähnen, damit ihr auch wisst, also, damit ihr schon mal ein gutes Gefühl habt, also, wenn ihr jetzt schon Follower seid, wisst ihr, wir sind auf dem Weg, also, wir haben noch eine große Strecke vor uns, aber wir sind auf dem Weg, äh, dieses Projekt zu starten, und wenn dann, ich halt darüber das Ganze monetarisieren kann, dann hat euer Schauen meiner Videos sogar noch einen positiven Effekt, vielleicht können wir die Welt mit FOE-Videos retten, tschakka, naja, ihr wisst, was ich meine, okay, gut, das soll es gewesen sein, äh, für heute, für diesen Beitrag, ich mache jetzt eine kurze Pause und nehme dann gleich die Fußballer auf, ähm, muss aber hier nochmal ein bisschen schauen, ähm, ich hänge ja nämlich hier ein bisschen in den Quests hinterher, also, das geht noch ein bisschen langsam voran, da muss ich dann gleich nochmal gucken, aber gut, ähm, ich hoffe, das Video, auch wenn jetzt hier nicht viel passiert ist, hat euch trotzdem noch den einen oder anderen Tipp mit auf den Weg gegeben, und, ähm, vielleicht, naja, mein Aufruf, wenn ihr noch Tipps habt, gebt mir die gern, ihr wisst jetzt, was auf euch demnächst erwarten wird, also auf das Arche-Video, das finde ich ganz gut geworden, die Zweitstätte finde ich auch richtig gut, da habe ich lange dran gesessen, das in diese Form zu bringen, in der sie dann kommen, muss ich sagen, und, ja, und es wird auch noch, vielleicht heute sogar noch, ein anderes Video, nicht FOE-Video kommen, von denen werde ich auch hin und wieder in meinem Kanal ein paar präsentieren, äh, es ist ein Hobby-Kanal, ja, und deswegen will ich hier kein, kein, äh, Unternehmens, äh, kein Branding erzeugen, sozusagen, also, wenn so ein Video kommt und ihr sagt, äh, ignoriert es einfach, ja, also ihr müsst dann euch die Richtlinie suchen, ich sag mal, es ist ja bei den Streamern, die ich gucke, äh, bei, äh, na, Streamern sag ich, bei den anderen YouTube-Kanälen ja auch so, wenn ich jetzt, äh, Let's Player habe, die spielen ja auch mehrere Spiele und manche von den Spielen interessieren mich nicht, also ich gucke ja dann auch nur zu dem Spiel oder zu dem Spiel und die anderen Spiele, die Videos ignoriere ich dann, ne, so kann man es ja hier im Grunde auch sehen, also zu den verschiedenen Bereichen, vielleicht ist das das Branding, ja, okay, ähm, ich muss auch mal überlegen, ob ich diese Videos hier, also diese Vorrückschau, was ich dem hier für einen preißerischen Titel gebe, eigentlich wäre das irgendwie ganz cool so, naja, ähm, ich will jetzt auch kein Nichts klauen, ich muss mal, muss mal schauen, ihr habt ihn ja jetzt schon gelesen, den Titel, ich bin nur am überlegen, okay, also, ich freue mich, äh, auch, dass ihr dabei seid, möchte nochmal vielen herzlichen Dank an all die Kommentatoren sagen, an all die, die meine Videos geliked haben, böse, böse, die, die einen Daumen runter gegeben haben, aber nicht geschrieben haben, warum, also, wenn ihr meine Videos nicht mögt, dann sagt mir doch wenigstens warum in den Kommentaren, also, ich meine, einen Daumen runter kann man ja nur geben, wenn man angemeldet ist, und ich reiße ja auch niemanden im Kopf ab, so kann ich ja nicht besser werden, ne, so ungefähr, also, ich meine, man kann ein Video okay finden oder sagen, er ist nicht meins, aber wenn man jetzt einen Daumen runter gibt, dann sagt man ja im Grunde genommen, will ich, ja, Daumen runter heißt Kopf ab, das will ich nicht nochmal sehen, also, so sehe ich das zumindest, weiß ich ja nicht, und deshalb würde ich natürlich gerne wissen, was jetzt für eure Entscheidung gesorgt hat, Also, ich bedanke mich bei all denjenigen, die schon bei mir abonniert sind, ich bedanke mich bei all denen, die meine Videos schauen, bei euch, bedanke mich fürs Zuschauen für dieses Video, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert ihn, damit ihr keine Videos mehr verpasst, und unser Sozialprojekt Thema läuft, und dann würde ich sagen, habe ich es sogar geschafft, ich dachte, das Video hier wird nur 10 Minuten lang, so komme ich auch mal in 62.000 View-Minuten, okay, gut, Wenn ihr selbst noch Ergänzungen habt, also Dinge, von denen ihr sagt, macht doch mal darüber ein Video, macht die auch gerne, also schreibt mir das auch gerne in die Kommentare, ich bin da sehr offen, und bin gespannt, was noch alles passieren wird, jetzt erst mal das Soccer-Event, ich bin noch gar nicht in dem Event so richtig drin, aber das ist auch meine Fußball-Flow, zum Thema Samstag spielen ja die Frauen, beginnt ja das reguläre Frauen-WM, glaube ich, WM, seht ihr, das ist schon sowas, weiß man schon nicht mehr, Frauenfußball wird am Samstag, wobei ich dazu sagen muss, egal ob Frauen oder Männer, mein Interesse hält sich für Fußball, leider Gottes doch stark in Grenzen, also klar, und dadurch nimmt man das natürlich auch mehr wahr, dass, bei den Männern nimmt man es einfach mehr wahr, weil draußen überall Fähnchen hängen, wäre halt schön, vielleicht hänge ich auch mal ein Fähnchen raus, mal gucken, wobei das so ein bisschen auch wie so ein, wie so ein, wie so ein, wie so ein, wie so ein Mitleid, also aus Mitleid hänge ich auch meine Fahne raus, was ich ja nicht mache, bei den Männern, also, ach, ich weiß es nicht, gut, schön ist zumindest, durch die Frauen haben wir die Möglichkeit, hier wieder ganz viele Preise abzustauben, und ich freue mich dann auf das Video, bis zum nächsten Video, egal welches, ob eins das schon raus ist, oder eins das noch kommen wird, bis zum nächsten Mal, viel Spaß mit dem Spiel, mit allem, habt noch eine schöne Zeit, der Sommer geht los, spielt nicht zu viel FOE, genießt auch mal ein bisschen die Sonne, tankt ein paar Vitamine, bis zum nächsten Mal, euer Christon.